Die Sitcom ist eine Unterhaltungssendung, die auf die US-amerikanischen Comedy-Shows im Hörfunk der 1930er und 1940er Jahre zurückgeht. Das Fernsehen adaptierte das Genre, wobei es, wie früher im Radio, meist als Serie ausgestrahlt wird. Kennzeichen und Eigenarten Situationsgummi bezeichnet die humorvolle Auseinandersetzung mit einer momentan vorliegenden Situation durch einen Beteiligten. Ein Kennzeichen der Sitcom ist daher die ständige, schnelle Abfolge von Gigs, Pointen und komischen Momenten. Allerdings im Rahmen einer dramatischen Handlung, womit sich die Sitcom von Comedy-Shows unterscheidet, bei denen Sketche lediglich aneinandergereiht werden. Eher selten bekommt die Serie ein bewusst dramatisches Element wie in Rosin. Typisches äußeres Kennzeichen der klassischen Sitcom ist die Aufzeichnung im Studio. Die Darsteller agieren auf einer Guckkastenbühne, für die Handlung folgt daraus eine Beschränkung der Schauplätze auf wenige, stets wiederkehrende Orte. Häufig sind auch Außenschauplätze wie Straßenecken oder Gartenanlagen als Kulissen im Studio nachgebaut, ästhetisch ähnlich der Seifenoper. Die Bühnenwirkung wird verstärkt durch das Spiel der Darsteller zur Bühnenrampe und das für das Fernsehpublikum hörbare Gelächter des Studiopublikums. Der sogenannte Love-Track. In der deutschen Ausstrahlung werden amerikanische Serien meist durch eingespielte Lacher untermalt. Da die Folgen vor Publikum aufgezeichnet werden und dessen Lachen für die Synchronisierung nicht mehr verwendet werden kann. Da sich das Publikum in jeder Folge sofort zurechtfinden soll, darf sich das Grundprinzip der Serie nie ändern, es sei denn, Schauspieler scheiden aus oder kommen dazu. Allgemein folgt das Geschehen einer zirkulären Dramaturgie. Die Figuren sind am Ende der Episode so klug wie zuvor. Dies hat zur Folge, dass Sitcoms prinzipiell eine eher konservative Ausrichtung haben. Seriencharaktere dürfen daher nicht sterben oder ernsthafte bzw. tragische Ereignisse erleben. Seit den frühen 2000er Jahren weichen vermehrt Serien von diesem Prinzip ab. In der Sitcom King of Queens verliert die schwangere Hauptfigur Carrie ihr Kind in How I am E.T. Yomar stirbt der Vater der Hauptfigur Marsal. Die Rolle des Charlie Harper stirbt in der Sitcom To End A Halfman. Nachdem dessen Darsteller Charlie Sheen aufgrund von Streitigkeiten mit seinem Produzenten Chuck Lorre die Serie verließ. Nachdem Schauspieler John Ritter unerwartet verstarb, verstarb auch dessen Rolle als Familienvater Paul Hennessy in Meine wilden Töchter. So dass die Verarbeitung des plötzlichen Todes durch die Familie thematisiert wurde. Sitcoms sind üblicherweise als halbstündiges Fernsehformat angelegt. Die Netto-Laufzeit einer Folge beträgt somit zwischen 20 und 24 Minuten. Der typische Aufbau einer Sitcom-Folge ist folgender. Prolog Eine relativ kurze Szene, die mit einem Gig endet. Hier wird meist das Thema der jeweiligen Folge bereits angerissen, manchmal aber nur eine kleine eigenständige Geschichte gezeigt. Vorspann Die Hauptfiguren der Serie werden untermalt durch die Erkennungsmusik der jeweiligen Sitcom vorgestellt, wobei die Namen der jeweiligen Schauspieler eingeblendet werden. Insbesondere bei Familien-Sitcoms wird der Vorspann optisch regelmäßig überarbeitet, um die gewachsenen Kinderschauspieler mit aktuellem Aussehen darzustellen. Dabei bleibt die Musik jedoch meist dieselbe wie früher, da sie einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Handlung Das Problem der Woche wird wie oben beschrieben dargestellt. Abspann Im Abspann läuft oft noch einmal die Musik aus dem Vorspann und neben den Credits werden gelegentlich Outtakes oder ein Standbild aus der Folge im Hintergrund gezeigt. Werbefinanzierte Fernsehsender zeigen den Abspann meist nicht, sondern ersetzen ihn durch einen ersten Werbeblock. Nachklub In einigen Sitcoms wird ein Nachklub genutzt, das ist eine kurze Szene, die während des Abspanns läuft und die eine Situation oder nur eine Andeutung der Folgenhandlung aufgreift und einen Schlusskack setzt. Dieser Nachklub hat nichts mit dem Ende der Handlung zu tun. Mit Serien wie Hörmal, Werder, Hämmer, Friends oder den in den USA sehr erfolgreichen Seinfeld und Frasier hatten Sitcoms ihren Höhepunkt Mitte bis Ende der 1990er Jahre. Die meisten Sitcoms werden in den USA Volley Publikum aufgezeichnet. Das geschieht dann meistens im Mehrkamera-Verfahren mit drei bis fünf Kameras, weil es zeitsparender ist. Die Kameras sind dabei auf im Studio-Betrieb üblichen, sogenannten Pumpstativen montiert. Diese Stative sind mit Rollen versehen und gestatten mit Hilfe einer eingebauten Pumpe in der Mittelsäule eine rasche Höhenverstellung der Kameras. So können die Kameras zügig und frei am ganzen Set bewegt werden, was für den Produktionsfluss entscheidend ist. Ursprünge in den USA Als erste Sitcom, die das Genre prägte und quasi erfand, gilt I Love Lucy von und mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Komikerin Lüssel Ball. 1948 war sie in einer Radiosendung als leicht verrückte Ehefrau aufgetreten und erfolgreich gewesen. CBS bat sie darauf hin, eine Fernsehsendung zu entwickeln. Da Lüssel Ball und ihr Ehemann Desi Arnats, ein kubanischer Bandleader, zusammenarbeiten wollten, konzipierten sie eine Handlung um eine leicht verrückte Ehefrau und deren Ehemann einen Bandleader. Dieses Übergreifen der Realität in die Fernsehfiktion wurde ein typisches Merkmal US-amerikanischer Sitcoms. Um die Sendung in den unterschiedlichen Zeitzonen der USA jeweils zur besten Sendezeit ausstrahlen zu können, wurde sie auf Film aufgenommen. Mit dieser qualitativen Verbesserung bahnte I Love Lucy auch den Weg für die Syndication, die Vermarktung durch Wiederholung bei lokalen Fernsehstationen. Damit Lüssel Ball ihr komisches Talent ausspielen konnte, wurde die Sendung dennoch vor einem Publikum aufgezeichnet, sodass Ball auf Lacher und Stimmungen der Zuschauer reagieren konnte. Das Lachen des Publikums war für den Fernsehzuschauer hörbar, es entstand das Gefühl, einem L'Ereignis beizuwohnen. Dieses Setting, die Aufzeichnung auf Film vor einem Studiopublikum, behielten vor allem drei Kamera-Sitcom-Produktionen bei. Ansonsten geht seit Ende der 1990er auch in den USA der Trend zu Ein-Kamera-Sitcoms, die wie normale Serien und Filme gedreht werden. Meist ohne Live-Publikum, wie bei 30 Rock oder Melkoll mittendrin. In seltenen Fällen wird die Sitcom zwar im Multicamera-Verfahren gedreht, allerdings ohne Live-Publikum. Und die fertigen Folgen werden dann einem Publikum vorgespielt, deren Lacher aufgenommen werden, wie bei H.I.M.E.T.Y.M.A.A. Diese Verfahren werden vor allem dann angewendet. Wenn es in der Serie viele Rückblenden gibt und durch die vielen Szenen eine Aufnahme vor Publikum zu aufwendig wäre. Die dritte Neuerung, die Desi Arnatz zugeschrieben wird, war das Drei-Kamera-Setup. Dabei befinden sich drei Kameras gleichzeitig in einem Graben zwischen Publikum und Bühne. Eine Kamera nimmt das Geschehen in einer totalen auf, die anderen beiden konzentrieren sich auf die agierenden und reagierenden Figuren. Aus den drei Filmstreifen, die dasselbe Geschehen aus drei unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen haben, wird später die Sendung zusammengeschnitten. Auch diese Technik ist bis heute ein Standard geblieben. Der Trend, Kino-Darstellern die Hauptrollen in Serien zu geben, gilt auch vermehrt für Sitcoms. Beispiele sind Gina Davies, James Belushi und Charlie Sheen. Umgekehrt haben viele bekannte Filmschauspieler gerade aufgrund der Sitcom ihren Durchbruch geschafft, zum Beispiel Robin Williams, Danny DeVito, Michael J., Fox oder Will Smith. Die Entwicklung in den deutschsprachigen Ländern. Da die deutsche Fernsehlandschaft bis zum Beginn des Privatfernsehens die Formatierung von Jahres eigentlich nicht kannte, kann man nicht davon sprechen, dass es eine deutsche Sitcom gab. Dennoch gab es Sendungen, die in der amerikanischen Produktionsweise hergestellt wurden. Die bekannteste Sendung ist Ein Herz und eine Seele von Wolfgang Menge, die wie ihre amerikanische Version All in the Family eine Adaption der britischen BBC-Sitcom Tilda to Estopard ist. Die ersten Versuche mit der Liberalisierung des Fernsehmarktes versuchten vor allem die privat-kommerziellen Fernsehsender, deutsche Sitcoms in amerikanischer Macher zu produzieren. Zu diesen Versuchen gehören zum Beispiel Hilfe, Meine Familie spinnt oder Die Viersteins von ProSieben. Diese Sendungen waren beim Fernsehpublikum allerdings wenig erfolgreich, was vermutlich auch damit zusammenhing, dass sie zum Teil nur simple Adaptionen der Originalserien waren, die ihrerseits oft gleichzeitig parallel in deutscher Synchronisation zu sehen waren. Das ZDF produzierte mit Salto Postale, deren Nachfolger Salto Kommunale sowie Lukas klassische Sitcoms vor Publikum, die sich bis 2001 großer Beliebtheit erfreuten. Komiker als Hauptfigur RTL begann Mitte der 1990er halbstündige fiktionale Serien mit einer Betonung auf Komik und komischen Handlungen herzustellen. Diese Serien wurden nicht notwendigerweise im Studio und nicht vor Publikum gedreht, meist auch im Ein-Kamera-Verfahren. In Abgrenzung zur US-amerikanischen Sitcom nennt RTL diese Produktionen Komedyserien. Die Hauptcharaktere dieser Serien wurden mit bekannten Komikern besetzt, deren Showcharakter bzw. eine der typischen Rollen die Grundlage für die Serien war. Alternativ dazu entstanden Sitcoms, die auf bekannte Komödien-Schauspieler setzten, beispielsweise das Amt oder Nikola. Ebenso strahlte RTL-Ensemble-Sitcoms wie die Kemper und Schulmädchen aus. Mit Berlin, Berlin und Türkisch für Anfänger produzierte die ARD zwei Ensemble-Sitcoms, um ihr Vorabendprogramm jünger und moderner zu gestalten. Komplexere Debtionen mit Stromberg und Pastewka entstandene Debtionen der Serien The Office bzw. Curb Your Enthusiasm. Beiden Serien gemein ist, dass der Grundcharakter der jeweiligen Originalserie übernommen wird. Aber die deutschen Eigenheiten die Grenzen der Adaption ein wenig vervision. 2013 strahlte das ZDF mit Lerchenberg eine neue Sitcom aus. Diese gilt als eine Debtions-Mix aus 30 Rock und Curb Your Enthusiasm. Dabei spielt mit Sascha Heen anders als bei den amerikanischen Originalen kein typischer Komödien-Schauspieler die Hauptrolle. Beispiele Beispiele finden sich in der Liste von Sitcom-Serien. Siehe auch Slapstick Beispiele